Hallo Tierfreunde! Ja, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, wird es diese Woche leider kein Kochvideo geben, denn Dieten und ich fahren eine Woche in den Urlaub, also ab morgen genau genommen und ja, es ist diesmal ein bisschen schwer, das irgendwie mit dem Video hinzubekommen. Normalerweise hat es immer irgendwie geklappt und habe ich das immer schon vorbereitet und hatte dann da auch Zugang zu Internet und konnte das dann da irgendwie hochladen und so weiter. Ja, ist diesmal leider ein bisschen schwer möglich, beziehungsweise nicht möglich. Ja, das wollte ich bloß sagen. Das ist glaube ich jetzt das erste Mal, dass ich einen Samstag auslasse seit einem Jahr oder anderthalb Jahren. Ich weiß es nicht genau, ich müsste jetzt nachgucken. Ja, sorry dafür. Nächste Woche geht es dann wie gewohnt weiter und es wird dann auch einen Vlog geben, also wahrscheinlich nicht die Woche nach dem Urlaub, sondern die Woche danach, also wann er fertig ist. Gedreht ist er schon, ich muss ihn halt nur schneiden, das ist ein bisschen viel Fummelkram. Und ja, es wird dann auch mit dem Kochvideowettbewerb losgehen demnächst. Ich habe nämlich auch noch einige andere Preise bekommen, die ihr dann bekommen könnt. Ja, werde ich aber alles noch in einem extra Video erklären, mache ich jetzt nicht. Und was noch? Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass es diese Woche kein Video geben wird. Also außer diesem jetzt hier. Ja, Trotzdem eine wunderschöne Woche für euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!